Umzug in den Osten. Wird meine Altersrente und Witwerrente bei Umzug in die neuen Bundesländer gekürzt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Man mag es nicht glauben, aber auch hier wieder eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja schon auf Rentenbescheid24.de auf unserer Homepage. Schauen Sie bitte mal da in den Bereich Aktuelles rein, in den letzten Jahren zum Thema Einkommensanrechnung auf die Witwen- oder Witwerrente was geschrieben und was auch passiert, wenn Sie von West nach Ost oder von Ost nach West umziehen, wenn Sie eine Witwen- oder Witwerrente haben. Aber hier eine ganz interessante andere Anfrage. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Absicht in diesem Jahr aus den alten Ländern in die neuen Bundesländer zu meinen Kindern zu ziehen. Das ist eine feine Sache, warum auch nicht? Als ich die zukünftige Adresse bei der Knappschaft angeben wollte, sagte man mir dort, wenn ich in die Ostländer ziehe, werde die Rente, also meine Altersrente und die Witwen- oder Witwerrente geringer ausfallen. Grund sei wohl, weil im Osten die Rentenerhöhungen höher ausfallen. Da ich schon 80 Jahre alt bin, denke ich, hier etwas falsch verstanden zu haben, können Sie das mit der Rentenkürzung bestätigen oder ist da etwas anderes gemeint, was niedriger ausfällt? Ich bedanke mich schon im Voraus für die Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Meine Damen und Herren, also was die Altersrente anbetrifft, ist das, wenn das die Knappschaft gesagt haben sollte, gelinde gesagt, grober Unfug. Also die Altersrente wird nicht deswegen gekürzt für Sie, wenn Sie von dem Westen in den Osten ziehen. Also das ist gelinde gesagt falsch. Was aber sein kann, ist, dass Ihre Witwerrente oder Witwen-Rente, wenn Sie von Westen nach Ost ziehen, im Jahr 2023 gekürzt werden kann. Warum? Relativ einfach, denn in diesem Fall finden für Sie die Freibeträge der Einkommensanrechnung im Osten Anwendung und nicht mehr im Westen. Das heißt also, bei gleichbleibender Altersrente würde sich dieser Umstand möglicherweise negativ auf die Höhe der Witwen- oder Witwerrente auswirken, wenn Sie in den Osten verziehen. Aber die Tatsache, meine Damen und Herren, dass wir hier im Osten eine Rentenerhöhung hatten, kann sich doch niemals negativ bei Umzug von Westen nach Ost auf Ihre Witwer- und Witwenrente auswirken. Was ist denn das für ein Blödsinn? Nein, meine Damen und Herren, wenn die Rentenerhöhungen im Osten höher ausfallen als im Westen, dann bedeutet doch das, dass der Einkommensfreibetrag im Osten auch höher wird. Das heißt also, haben wir hier im Osten einen höheren Einkommensfreibetrag, wird natürlich oder nicht natürlich, wird dann gegebenenfalls auch Ihre Witwen- oder Witwerrente gekürzt werden, aber doch nicht wegen der höheren Rentenanpassung, meine Damen und Herren. Nein, sondern Sie müssen sich im Grunde genommen nur für 2023 und vielleicht für 2024 Sorgen machen. Aber was haben wir denn 2024? 2024 haben wir die Renteneinheit, meine Damen und Herren. Das heißt also, wir werden in Ost und West einen einheitlichen Rentenwert haben. Das heißt auch, wir haben in Ost und West einen einheitlichen Einkommensfreibetrag in der Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente. Können Sie dann mal nachlesen im Paragrafen 97 SGB VI, wenn wir dann 2024 zum 1.7. unserer Renteneinheit haben. Dann ist auch diese Frage der Kürzung einer Witwen- oder Witwerrente, wenn ich von West nach Ost umziehe, de facto aufgrund der Gesetzeslage dann erledigt. Also, meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine großen Sorgen. Es kann sein, dass Ihre Witwen- oder Witwerrente, wenn Sie von Ost nach West umziehen, gekürzt wird. Das hat aber nicht seinen Grund, dass wir hier im Osten höhere Rentenerhöhungen haben. Nein, das ist sogar für Sie vom Vorteil, denn Sie kommen ja dann auch in den Genuss eines höheren ostdeutschen Einkommensfreigrenze nach den entsprechenden Anrechnungsregelungen im Gesetz. Und ab 20 oder ab 1.7.2024 ist dieses Thema endlich auch vom Tisch. Dann gibt es in Deutschland nur noch einen einheitlichen Rentenwert. Und dann haben wir dieses Problem mit der Anrechnung West-Ost und Umzug, Ost-West und West-Ost, dann Gott sei Dank nicht mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.